Heute möchten wir Ihnen kurz zeigen, wie Sie auf BankingCheck Ihre Finanzprodukte bewerten können. Dafür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Zum Beispiel können Sie Ihr Finanzbüro direkt aus dem Rechner heraus bewerten. Dafür gehen Sie auf den Menüpunkt Produkte. Nun wählen Sie Ihre Produktkategorie aus, zum Beispiel Girokonto. Durch draufklicken auf Girokonto gelangen Sie nun zu dem Girokonto-Vergleichsrechner. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Girokontos, die auf BankingCheck vertreten sind. Sortiert nach Kosten natürlich. Nehmen wir zum Beispiel mal das zweitplatzierte Norisbank Top-Girokonto. Nun gehen wir zu dem Bewertungssiegel. Im Moment hat dieses Konto eine Durchschnittsbewertung von 4,4 von 6 Euro. Durch klicken auf den Link Jetzt bewerten, bekommen Sie zur Bewertungsmaske. Hier können Sie sich über die einzelnen objektiven Kriterien informieren und diese bewerten. Zum Beispiel Kosten. Kosten sind monatliche Kosten des Kontos, Kontoführungsgebühren, sowie Kosten für Karten und Zusatzdienste. Durch Bewegung der Maus können Sie die Eurozeichen auswählen für die einzelnen Kriterien. Das machen wir jetzt mal beispielhaft für alle Kriterien für das Girokonto der Norisbank. Nach Bewertung der einzelnen Kriterien können Sie sich noch entscheiden, ob Sie das Konto weiterempfehlen wollen oder nicht. Und zudem können Sie einen Kommentar eingeben. Nach Eingabe des Kommentars und Überprüfung Ihrer Bewertungskriterien können Sie einfach Ihre Bewertung speichern. Und durch klicken auf den Speichern-Knopf. Nun haben Sie noch mal einen Überblick über die abgegebene Bewertung mit den einzelnen Bewertungskriterien, sowie Ihrem Kommentar. Diese Bewertung wird nun unterprüft von unserem Redaktionsteam. Und wenn alles in Ordnung ist, wird es entsprechend freigegeben und Sie können Ihre Bewertung auf BankingCheck nachlesen. Und natürlich können auch alle anderen User auf BankingCheck diese Bewertung lesen. Eine weitere Möglichkeit ist es, aus der Produktseite heraus eine Bewertung abzugeben. Dafür geht man mal am besten auf den Banken-Menü-Reiter. Hier finden Sie alle Banken sortiert nach Alphabet. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Norisbank, um das noch mal an demselben Beispiel darzustellen. Durch Klicken auf das Norisbank-Logo gelangen Sie zur Norisbank-Bankenseite. Hier finden Sie die Details zur Norisbank, sowie die verfügbaren Produkte und deren Bewertungen. Wir hatten jetzt das Norisbank-Top-Girokonto. Also klicken wir jetzt auch auf den entsprechenden Link. Nun sind wir auf der Produktseite der Norisbank-Top-Girokonto. Auf der rechten Seite sieht man das Bewertungssiegel und die derzeitigen Bewertungen für die einzelnen Kriterien. Wenn man jetzt über den Link Jetzt bewerten geht, kommt man wieder zu der Bewertungsmaske, wo wir eben schon waren. Hier kann man dann wieder analog genau noch mal dasselbe durchführen. Zum Beispiel findet man wieder eine Beschreibung der einzelnen Kriterien und kann mit der Maus einfach die Euros auswählen. Auch hier kann man noch mal sagen, ob man es weiterempfehlen will und kann einen Kommentar eingeben. Durch klicken auf den Speichern-Knopf wird die Bewertung wieder gespeichert und landet somit wiederum bei unserem Redaktionsteam, die diese dann freigibt. Dies war eine kleine Veranstaltung, wie Sie auf BankingCheck bewerten können. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen herzlichen Dank!